Machst dich gut. Zylster! Das schreit nach einer Feier. Die Tür ist hinzu. Oh, Donald und Kofi sind weg. Der ist jetzt auch mal doof. Dafür ist Leon dabei. Die Tür ist weg. Duh, 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 duh. Ich werde das noch nicht verletzen, aber ich werde das noch nicht verletzen, aber ich werde das noch nicht verletzen. Scheint der Nenster zu sein. Und als Besonderung bekommst du das Feuerelement, sehr schön, fein, fein, fein. Das Schlüsselschild, eine wahrlich großartige Waffe, wäre sie doch nur in fähigeren Händen. Zeigt euch! Kundenträger! Die Organisation 13! Schön, dann tragen wir es aus. Wie schade. Und ich dachte schon, wir könnten Freunde werden. Halt! Was soll das denn, Zack? Nicht so stürmisch. Du störst. Sag, findest du es etwa höflich, mir so etwas an den Kopf zu werfen? Aus dem Weg, hab ich gesagt. Starke Worte. Aber damit kannst du den Lauf der Dinge nicht beeinflussen. Dann holen wir dich selber aus dem Weg. Schon besser. Das könntet ihr vielleicht, wenn ich irgendwer wäre. Aber das bin ich nicht. Ich bin von der Organisation und gewiss nicht irgendwer. An der Seitenlinie rumstehen und die Niemande für sich kämpfen lassen, aber den Starken markieren. Jetzt aber. So harte Urteile ohne Überblick fällt man besser nicht. Dann heul doch. Mitnichten. Ich erinnere dich daran, wie stark die Truppe ist, mit der du es hier zu tun hast, mein Lieber. Erinnern? So ist es recht. Er hat mich auch immer so angesehen. Du glaubst wohl, du könntest mich aus der Fassung bringen mit deinem wirren Geschwätz. Tja, wer weiß das schon. Sei ein braver Junge. Oh, der wird auch ab. Verfützt, er ist weg. Das war Schreck. Wer hat ihn auch immer so angesehen? Ach, was? Ich bin mir sicher, er wollte dich bloß verwirren. Ja, du hast recht. Ich bin ich. Das Holo-Bestien-Wiederaufbau-Komitee Ehrenmitglied. Das Ding hat passieren. Was geschieht? Könnte das vielleicht? Was sch teammates? Was für sch 약los? Das đ theater. Was für Schleifler. ? Ich bin es vorstop schlecht. Wenn schon kom? Schleifler. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist eines der Tore, von denen Jensit sprach. Oh, Jodja! Tut uns leid, Leon. Aber andere Welten warten auf uns. Die Organisation 13. Sie sehen stark aus. Passt auf euch auf. Na klar. Man sieht sie. Noch ein geheimer Bericht. Hm. Hey, was ist mit Twilight Town geschehen? Es ist weg. So, Twilight Town ist einfach weg. Ich überlege gerade, welche Welt einfacher war. Ich glaube, hier lang. Das ist die bessere Wahl. So, ich habe hier noch keine Gummis, deswegen muss ich mit der Highwind fliegen. Das ist ja auch diesmal ein richtiger Shooter. Start. Start. Links fliegen, ich schießen. Das kriege ich in. Ah, ich habe da noch kein Autofreuer. Ich habe da noch keine Gummis. Ich habe da noch kein Autofreuer. Nein, ich habe da noch keine Gummis. Ich habe hier noch eine Gummis. Ich habe da noch gute Zeit. Ja, ich habe hier noch keine Gummis. Das ist ja nie wenn ich zehnmal. Ich habe da noch S-S-S-S-S-S-S-S-S. Ja, geschafft! Einen will das Gummi erhalten! Und ein Eisgummi! Ich habe vergessen, wofür wir gut sind! Materialgummi! Sehr gut! Hier auch noch ein Gummi! Ich weiß, dass es alles gibt! Decklicht! Cockpit! Dann kann ich mir wieder lustige Kästen zusammenfassen! Da freue ich mich schon drauf! Blöp und der 34. Monon! seus Leinos! Zit 것은 also der Infelrad. Hauptschneid Fahrt gesichert Versionstypen freigeschaltet Das nochmal später Eivind Level 1 erhalten Falken Level 1 erhalten Und ein Gravitas Gummi Das sieht doch ganz ordentlich aus So, fertig Das mache ich dann später mal Ich kann ja auch erstmal die Sternstopp-Schneiser machen Das Land der Drachen hat folgendes Level 10 Machen wir erstmal die Pfade auf Gucken Na probieren wir es mal aus Eivind Level 1 Angeblich mehr Feuerkraft Eine HP-Leiste Dann wollen wir mal Dann wollen wir mal Na weg Na weg Na weg Und dann Na weg Dann weg Na weg Mist, up to five. Was ist das? Okay, das war ich jetzt für ihn. Ich meine, ich müsste doch langsam noch ein Ziel sein. Ach ne, erst noch das Ruvo zerstören. Oh, das ist das Ruvo.